okay also das mit der brücke und gefängnis was was das ganze bedeutet weil die brücke ja man nicht mehr gesehen hat auf dem schiff so dann ist man im gefängnis das ist hier irgendwie so sachen es muss wieder los muss arbeiten weil sie wissen nicht wo ist die brücke lange nicht mehr gesehen sachen jetzt muss irgendwo der einkauf kommen sachen irgendwo müssen die sachen doch sein und so sachen irgendwo hier müssen sie doch kommen sachen jetzt ist ein kleines chef ein großes chef also was bedeutet das wo ist die brücke sagen dass sie einfach denken so singen das hat etwas damit zu tun mit einkauf hat man also fangen wir an zu singen sachen denn es einkauf wir kaufen ein also nicht einkauf sondern bekommen sagen wir können sachen holen sachen wenn es frische bettwäsche sachen sachen wir haben eine brücke ein ein schiff sachen sachen sind gleichberechtigt sachen und sachen das sind sachen du hast wir haben keine handwerker sachen wir haben ein chef dann genaue anweisungen sachen aber doch nicht durch einen kärten sachen wir müssen sachen das was ich mache ist ich versuche ihnen zu erklären so mein chef sachen was ist seine hilfe vielleicht gibt es ein paar die nicht gerne hier sind sachen kann ja sein vielleicht hallo und ich möchte meine leute wieder sehen wurden eingegraben hier hochsachen vielleicht gibt es da welche und dann versuchen zu helfen so jetzt sagen hallo das singen und so neben der dddd europin oder so oder wie das heißt der beste song in europa ist eigentlich der gesteskranken sachen seit die brücke sachen die brücke die ddd ist weg sachen sachen und das ding kommt einkauf sachen und der knast gefängnisaufseher sachen das behinderte funktions-genäubigen sachen